Hallo liebe Freunde, heute Video, ihr Lott. Ja heute, ähm, Minecraft, Part 6, oder? Ja, ich denke, Minecraft 6. Ähm, ja, ähm, ähm, was machen wir in unserem Haus mal? Ja, Spenderkirche, leider hat sich noch nicht gemeldet, aber, ähm, die kriegen wir nicht hin, ja. Boah, was ist das für ein Bug? Das ist ein Bug. von zombies nicht nicht stief hier lol 6 3 1 2 X Hoffentlich Ok No Endlich eine Patsche Nein Okay Ich habe nur mein Haus verloren, und da ist ein Pic, und da ist ein Pic, und da ist ein Pic. Oh Gott. Nein, wo mein Haus ist. Irgendwo hier 100 wohnen die näher. Hallo? Ich habe wirklich mein Haus verloren. Nein, 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 nein. Geh mich. Ich habe mein Haus verloren. Lass mich in Ruhe. Nur der Einzige, der mein Haus verloren hat. Nein, 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 nein. Die Lungen zu viel zu, ähm, zu viel zu wegen. Ich habe mit meiner Meinung. Komm schon, Fliep, wo ist ein Meinhaus? Ich habe mein Haus verloren, gleich. Nein, nicht diesen Wald. Art 6, ich habe mein Haus verloren. Und nächstes Mal ist das Part 7. Krippert, Mai, ja, 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 ja. Und dann brauchen wir eine Mechanik. Und die brauchen wir, die rumbacken. Und dann ist das schon die Kline und dann fehlt das auch schon. Und jetzt in Ruhe. Und dann ist das wirklich schön und da rauskommt seine Angeln. Und dann wachscht sie mir jetzt mal. Oh, no, no. Oh, ich meine Ist das schon hier platziert? Nee! Cool! Also dann heißt es, ich habe doch mich nicht irgendwo verlaufen. Irgendwo habe ich meinen Hausten gebaut. Irgendwo. Offen wir mal besser in diese Stelle. Nö, ich habe doch meinen Hausten gebaut. Ja, ich habe keine Ahnung. Nö, nein! so Boah, ich blieb kein Scherz mit jedes Bewege. Ja, warum er kommt von der Bewege? Ja, eh eine Stange. Ja, ich denke vor euch wird es zu langweilig, er kommt mal ab zu sein. Lachen, Lachen, Lachen. k k k k k k Ich werde so wieder gucken, dass ich mich gerne schocken kann. Boah, ich fühle mich auch irgendwie, wenn ich mich wieder schocken kann. Ich frag es nicht, ob ich meinen Kanal oder was damit ist. Das ist ein Schiffkacken, eine Acht und eine Schaufel. Da ist ein Heißtück. Da ist ein Heißtück. So. Da ist ein Heißtück. So. Ich hab keine Angst geniehen. Ich fahre wenigstens eine Angel. Aber jetzt glaub ich geniehen für den Stick. So. So. Uneinstellt. So. Aber diesmal keine große Welle. Dies wie immer. So. 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 Ähm. Ja. Wasser. Gut. Komm. Das wird nicht gut sein. Das wird nicht gut sein. Ich muss noch ein bisschen tiefer machen. Komm, sprach ich später tiefer. Ähm. grob. Eine Acht. Schon wieder. Ich war schon ganz schön. Wieso hab ich keinen Zugang zu meinen Schwerd? Oh, das ist super. Boah, ich hab die Zunge, die ich noch nicht bringe. Boah, da brauch ich wirklich mal wieder die Taktkriege. Meine Pocket Edition. Ähm, ja, das geht irgendwie. So, liebe Freunde, heute war es einfach kein glücklicher oder besonderer Part. Das ist einfach nur ein Beispiel ein Part. Sagen wir mal, das ist ein Part, wo man ein Haus verliert. Das hat sich immer gespuckt. Aber, ihr könnt, ähm, ja. Ich, ähm, ich denke, das Video hat manchen Leuten vielleicht gefallen, aber ich denke manche nicht. Aber, also, tschau, tschau und tschau.